Wüste, davon haben wir hier viel. Wovon wir wenig haben, ist fruchtbares Land. Um das zu ändern, verwandelt Sekem seit über 40 Jahren kargen Wüstenboden in fruchtbares Land. Und mit biologisch dynamischer Landwirtschaft sorgen wir dafür, dass der Boden auch nachhaltig fruchtbar bleibt. Das ist heute wichtiger denn je. Fruchtbarer Boden wird immer knapper in Ägypten. 1977, als Sekem begann, hatte jeder Einwohner Ägyptens noch 600 Quadratmeter zur Verfügung. Heute sind es nur noch 300 Quadratmeter. Ibrahim Aboulesch, der Gründer von Sekem, hat diese Herausforderungen bereits vor 40 Jahren erkannt und die Sekem Vision entwickelt. Mit Sekem wurde ein Wunder in der Wüste geschaffen, das vor 40 Jahren für unmöglich gehalten wurde. Wir wollen weitere Wunder möglich machen und Wüsten in nachhaltige Oasen verwandeln. Auf unserer Wüstenfarm in Bahariya wollen wir 63 Hektar Land begrünen, also mehr als das zweitausendfache der Fläche, die momentan pro Einwohner Ägyptens zur Verfügung steht. Dazu brauchen wir zunächst Wasser. Das können wir aus Tiefbrunnen fördern. Um die kostbare Ressource Wasser nachhaltig zu verteilen, brauchen wir ein System, das möglichst effizient und Ressourcenschonend arbeitet. Ein solches System ist eine Pivot-Beregnungsanlage. Es erlaubt uns eine optimale Verteilung des Wassers, um keinen Tropfen dieser wertvollen Ressource zu verschwenden. Weil wir wollen, dass unser Projekt nicht nur grün aussieht, sondern auch grün ist, setzen wir auf so viel Solarenergie wie möglich und sparen damit jede Menge CO2 ein. Zusätzlich binden wir CO2 durch unsere Bodenaufbauarbeit und die zehntausend Bäume, die wir rund um die neu entstehenden Felder pflanzen. Kaufen, Laien, Schenken. Diesem Motto folgt unser Finanzierungskonzept und wir drücken damit unseren Wunsch aus, dass wir mehr als nur eine Finanztransaktion mit ihnen verfolgen. Unterstützen Sie uns, unsere Wüste zu begrünen. Für drei Pivot-Anlagen mit Solarenergie brauchen wir 400.000 Euro. Wenn Sie und einige von Ihnen je 1.000 Euro investieren, können wir schon im nächsten Frühling unseren Anbau beginnen. Wir wollen, dass Menschen investieren, die wissen wollen, was mit ihrem Geld geschieht. Und wir wollen, dass unsere Geldgeber Teil unseres Projektes werden und das Projekt auf dem für Sie richtigen Weg unterstützen. Verfolgen Sie mit uns die Vision eines nachhaltigen Ägyptens und begrünen Sie mit uns die Wüste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017